Hi, ich bin Jan Rabenegg und bin seit fünf Jahren mittlerweile bei Hoppeke unterwegs. Ich arbeite im HR und aktuell verantworte ich den Bereich After Sales and Administration. Dahinter verbirgt sich, dass wir mit meinem Team zusammen und die kaufmännischen Mitarbeiter hier betreuen. Das heißt, wir machen von den ersten Vorstellungsgesprächen über das Onboarding und die Bindung der Mitarbeiter bis zum letzten Gespräch, was dann meistens ein Übergang in die Rentenzeit ist, alles für und mit unsere Mitarbeiter. Das macht mir großen, großen Spaß. Nicht nur, weil Grün meine Lieblingsfarbe ist, sondern weil ich irgendwie auch Nachhaltigkeit wichtig finde. Und das ist das, was bei Hoppeke extrem gut gegeben ist und wir mit unseren Batterien eben Energie für jeden und überall verfügbar machen können und darüber dann entsprechend wirklich tolle Geschäftsmodelle anbieten können und auch tolle Menschen bei uns beschäftigen, die genau diese Leidenschaft teilen, die eben Spaß an Energie haben, die Spaß an Batterien haben, die Menschen Lebensqualität bieten wollen, dadurch, dass wir wirklich Strom auch dahin bringen, wo kein Strom ist, ist das eine ganz spannende und tolle Sache und da bin ich stolzer Teil der Hoppeke-Familie eines mittlerweile 95-jährigen oder jahrealten Familienunternehmens. Also die Arbeit ist für uns sehr kollegial geprägt, also ich habe einen guten Draht zu meinen Kolleginnen und Kollegen. Wir sehen uns vielleicht durch Covid bedingt nicht ganz so oft, wie wir es vorher getan haben, und wir können vieles digital und mit guter Laune ausgleichen und das ist etwas, was mich persönlich extrem motiviert, jeden Tag mit einem kleinen oder auch großen Grinsen zur Arbeit zu kommen und das macht mir persönlich große Freude. Ich habe Wirtschaftspsychologie studiert, da geht es um die Verbindung zwischen wirtschaftlichen Fragestellungen und Psychologie und das kann ich hier super einbringen, eben zu gucken, was sind die Effekte, die man erreichen kann, wenn man die Mitarbeiter so einsetzt, dass sie eben anhand ihrer Qualifikationen oder aber auch anhand ihrer Stärken eingesetzt werden und das dann eben langfristig auch für wirtschaftlichen Erfolg nutzbar und sichtbar machen. Bei Hoppeke zu arbeiten ist ein tolles Gefühl, weil ich für ein Familienunternehmen arbeiten kann, wo ich eben auch die Kollegen einzeln kenne. Also ich weiß, das ist nicht Personal Nummer 4413, sondern das ist wirklich meine Kollegin und meine Kollege, die kenne ich persönlich, den habe ich auch schon mal in die Augen geschaut, das ist ein sehr hohes Verbundenheitsgefühl und das ist was, wo ich sage, da fühle ich mich wohl, weil ich eben gerne Kontakt mit Menschen habe und auch an meiner Arbeit sehr schätze, dass ich jeden Tag neue Menschen kennenlernen darf, dass ich mit neuen Menschen interagieren darf und dass ich darüber eben auch meinen persönlichen Horizont erweitere und so fühle ich mich, wenn ich an Hoppeke als Arbeitgeber denke. Warum arbeite ich hier? Ich komme jeden Tag gerne zur Arbeit, weil ich das Gefühl habe, dass ich was erreichen kann. Also ich habe sehr schnell sehr viel Verantwortung übernehmen dürfen. Das ist das, was mir ja auch Spaß macht. Ich möchte irgendwie ein Teil des großen ganzen Bildes sein und nicht nur auf eine kleine Stelle schauen. Das wird mir hier geboten. Das finde ich super. Das spornt mich an. Und gleichzeitig ist das Produkt ein Tolles, weil ich glaube, dass wir ohne Batteriespeicher und ohne grüne Energie wenig Zukunft haben. Und das ist was, wo ich sage, da bin ich gerne dabei und du vielleicht ja bald auch. Danke schön. Vielen Dank.